Eieiei, wie ewig es dauert Was wohl? Wo denn? Auch da Oh Na komm Der war super Siehst du mal, wir spielen wirklich Ich hab die Frau mal den Battle rausgefordert Der hat ihn nicht wirklich interessiert Aber wie lange das durchladen dauert, ne? Na geht doch Ich hab die Fumia Ich hab die Fumia Fast, sehr schrecklich. Ist aber vorbei, oder? Na ja, genau, und das spielen wir. Was spielt ihr? Wer oben sein darf? Ich bin unten drunter. Eigentlich um die Folge wär's drunter, nicht wär's drauf, oder? Oh ja, heut schon. Stein? Kommt, du sollst du gehen? Ich denke, du sollst du gehen. Ich denke, du sollst du gehen. Einig, du sollst du? Ja. Jo, alles klar, mach dich zum Nassi. Er ist so alleine. Da kommt noch ein bisschen auch nochmal. Ah! Ah! Scheiße. Voll platt gemacht. Nein, geh weg! Boah, krieg ich das trotzdem hin. Ich hab keine Münzen mehr hier auf Völkigam. Ich hab keine Münzen mehr hier auf Völkigam. Der kommt noch nicht weiter. Der kommt noch nicht mehr. Zeröööööööööööööööööööööööäööööööö. Oh, scheiße. fünf teuer. Das wird zu gut. Tyrrö Zerbi das ist doch geil oder verstehe ich nicht was da jetzt in irgendeiner Art und Weise verwerflich ist Mario Kart ballert richtig wie ich dieses Spiel tot gespielt habe über die verschiedensten Teile um noch ein bisschen Würze mit rein zu bringen ja warum nicht kleine Regeländerung immer schön boah wieso dauert das so lange die Dinger zu reparieren das ist doch unmenschlich ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gratuliere dir, mein Freund Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, sorry, du bist sofort wieder da. Ein Sekundchen. Ein Sekundchen. So, sorry Freunde, tut mir leid. Ich war bei meinem Sohn und hab da einen spontanen Niesanfall gekriegt. Das hat den natürlich, könnt ihr euch vorstellen, nicht in Schlaf gewogen. So, wo war ich stehen geblieben? War was los in meiner Abwesenheit? Bestimmt, oder? So sechs bis acht Schreierinnen. Ah, ätzend. Ätzend. Aber nun ja, was willst du machen? Kommt halt immer in den dürfsten Situationen, ne? Ja, genau. Ich war gar nicht drüben, ich hab kurz die Dose gestreichelt. Was? Ach, wie lieb, sie hat gewartet, bis ich wieder da bin. Na komm, schrei. Zwei. Na du. Ach, das ist ja gar kein Feraler. Ich hab mich so gefreut. Ist mal ein Bär? Oder ein Buhle? Oder beides? Ach, wie lahm. Das ist ja jetzt nicht nur einer gekommen, oder? Ja, in der Regel. Aber wenn nicht, würde ich, äh, fragen, was ich falsch gemacht hab. Irgendwas ist anders als sonst, ne? Alter, echt jetzt? Nichts? Kein Bär, kein Bulle. Äh, die Streiren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Naja. Dann können wir dich ja jetzt erschießen, Freundchen. Schlimm ist das. Schlimm, schlimm, schlimm. Wahrscheinlich den Bogenskill ein bisschen hoch treiben hier. Ist ja so grottenschlecht, ne? Okay, der war kacke. Hebe ich zu, der war, äh, daneben halt einfach. Dann kommst du direkt. So. Genau. Meine Frau schreibt mich an, wenn die an den Bombermose geht. Nimm die Finger von der Dose. Steck sie nicht so drauf. Soll... Ich darf ihre Bombermose nicht klauen. Pass auf, jetzt werden wir... ...Quality Joe hochbringen. Das wurde auch Zeit, ja. In Level... ...108. Und hab Quality Joe noch nicht auf 3, weißt du. Das darf ja wohl nicht wahr sein. So, was macht der Cheese-Pulver? So, dann ein-deutsch, zwei-deutsch. Ja. Warten wir. Jo moin, Captain Chaos erstmal. Kann nicht sein, dass hier jemand nicht persönlich von mir begrüßt wird. Doch, hab ich mir schon gemacht. Herzlich willkommen. Und dann hast du dich entschuldigt. So. Schlimm der Typ, oder? Ich kann's auch nicht verstehen. Beläuft. Aber das dauert mir zu lange. Das müssen wir... ...müssen wir so in den Output fließen lassen. Entschuldigt bitte die Hochzieherei. Ich weiß auch nicht, was aktuell los ist da. Ja, das kann natürlich sein, dass du da schon... Ne. Eigentlich kann das nicht sein. Und mit der Stahlspitzhacke geht das auch definitiv. Kann ich dir mal eben zeigen. Also auch... Hab ich Stahl? Ja, ich hab Stahl. Hab ich auch Holz? Holz brauche ich. Sekunde. Kein Stahl mehr. Ja. Okay, auch hier kein Stahl mehr. Komm, vielleicht reicht das ja. So. Ich glaub eine kann man mal hier machen. So. Und das ist Werkzeug. Ja, wenn mich nicht alles täuscht. Da. Aber da müsste ich eigentlich sogar jetzt ein Level abkommen dadurch. Ja. Ich hab hier Tempos liegen, aber ich will mir jetzt nicht permanent die Alpen putzen. Aber das ist sehr, sehr zu sein hier. Der weckt gut. Der Geahner. Jetzt werden wir zwei, drei Schreibern aufhängen. Und dann steigen wir ein Level ab. Im Werkzeugschmied. Ich zieh einfach hoch. Hab ich gehört, ist sowieso besser. Als permanent so fest. Ich bin so einer, der so richtig feste die Nase putzt. Das soll man ja nicht machen, ne? Naja, so ein bisschen schon, ne? Naja, so ein bisschen schon, ne? Ja. Mist. Was ist das denn da? Nikos, wa? Hm. Joho. GHP fett. Vielen Dank für deinen Follow. Danke, danke, danke. Ne, mit Schmackes. Du, ich will das nach Möglichkeit nicht auf der Zunge haben. Also mach ich immer nur so ein bisschen, weißt du? Ja, und geschmacklich kommt bestimmt trotzdem was rüber, ne? Das ist ein Könne. Komm wir hier nicht durch. Gibt's ja das nicht. Gibt's nicht. Naja, ein paar Sekundelein haben wir noch. Nein, na gut, manchmal. Na Gott. Ach, okay, da sind die schon drin, die Stahlbolzen. Ist mir echt angewöhnt, jetzt öfter mit der blöden Armbrust zu schießen. Auch wenn ich die nicht mag, ne? Obwohl ich bin ehrlich, ich mag's über den Bogen lieber eigentlich. Wenn ich mir was aussuchen müsste, ich glaub ich muss mir mal den Bogen wieder machen anstreben. So. Jetzt sollten die 56 Sekunden auch vorbei sein. Äh, hinterwes kann nur was es geht. Und die Nacht ist ja auch schon wieder vorbei. Ja. Du weißt denn, morgen mal Saturn oder was? Die klein werden so schnell so. Achso, bringt ja nix. Ich hab grad gesucht, morgen mal Saturn, aber das bringt ja nix. Die haben die in Fernseher ja in der Truppe. Sehr geil. Pass uns auf. Die haben die doch nicht, denke ich mal. 58. Ich weiß nicht, ob sie eine Bereistellung haben. In Chemnitz haben sie da auf jeden Fall, in Jena. Ja. Es ist erst nach Chemnitz, ein oder nach Jena. So mach ich das eigentlich immer. Ja, das ist halt echt, echt klasse. Du kannst, ich weiß nicht, ob sie den Meta-Milkern haben. Gleich auf vielen Ebenen produzieren. Trotzdem, da können wir keine Fertigkeitspunkte dadurch, beziehungsweise keine Levelpunkte. Ach. Aber ich tue mich immer schwer damit, auch so Schießpulver und sowas. Ja, kann ich schon machen, so kein Thema. In der Mischstatt. 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 Aber du steigst halt im Level. Das kann man noch nicht mehr leichter ankommen, wo du eh eh nix Produktives machen kannst. Stellst du dich selber an die Chemiestation. Und dann kannst du in Output voll machen und Levels trotzdem an Waffen-Skill, oder immer. Ach, bist du. Ja, warum nicht? Hör mal Bonbons in der Nase. Was hast du noch nie gemacht? Komm, erzähl's aber Märchen du. Was war jetzt mit einer Nasebohn? Was war jetzt mit einer Nasebohn? Was war jetzt mit einer Nasebohn? Was war das denn? 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 Das kann ich mal reparieren. Dann kann ich die direkt ineinander werfen. Du schießt mich nicht, du Tosse. Achso, okay. Hauptsache ich hab jetzt... Genau. Das macht auch die Nasefeuer. Ja. Ne, alles gut. Hauptsache du hast deinen Fehler gefunden, ne? Das ist wichtig. Der Rest ist scheißegal. So, jetzt muss ich mir aber wirklich mal in die Nase putzen können. Oh ja, das ist so. Ja, ein glatter Durchschuss, sag mal. Darf ich nur noch am Boden knallen hören? Da ist es schon weg, du. Glückwut, ich bin erst da. Jetzt kommen wir jetzt runter. Gluten. Wo war dein Bad? Na ja, allzu viel Platz haben wir nicht. Da müssen wir uns erst mal Platz machen. Hm, hast du solche Kekse mitgebracht? Oh. Keil. Ich wollte jetzt mal Kekse essen. Der kleine meine, die dich schon zusammengefressen hat. Der kleine Sack. Ist das hier ein Baby oder wie? Jetzt geht es rund. Jetzt geht es rund. Erst nein und dann nein Mund. Ja, unter anderem das klingt nicht schlecht. Jetzt werden wir mich gehört haben. Oh, besser. Wann haben wir da nicht noch eine von? Ja. Kann wir die doch ineinander werfen. Was machen wir da? Läuft. 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 Aber Sushi auch geil, ja. Sushi auch geil. Voll drauf. Running Sushi. Finger food. 워, ups, lauchha beiß doch. He 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 he. He he. wissen gar nicht was es geht jetzt haben wir schon wieder ordentlich Dünger aber ich hab saum hin ach verpasst Ja, das ist schön. Das hat man geschrieben. Das ist sehr gut zu wissen. Hier ist auf jeden Fall keiner mehr. Ich hoffe doch mal, ob eine Frau, die geschluckt, kann die Bolle ist. Hier muss ich ja hoch. Das ist ja zwölf. Was? Einem fantastischen Thema zum nächsten. Hm, ich muss man schießen mit Blindgängen. Die, 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 die. Boah, er schreibt mich doch nicht so, blöde Tante. Ah, blöde Banane. Maul. Das ist doch schon so eine Schreierin. So, haben wir jetzt mal hier einen Kopf oder sowas? Das ist nicht so gut. Nein! Ach, genau. Oh, gut, gut, gut. Oh, gut, gut, gut. Jooo. Aufkev, danke für den Follow. Danke, danke, danke. Bitte, bitte, bitte. Du. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das hat doch mein Auge. Weißt du mal, das ist doch prächtig, oder so? Wir bekommen voll aus. Dafür schnappe ich mir die scheiß Biene jetzt mit dem Sprengbolzen. Und meine Kulle hin. Ach, da. Okay, der war knapp, aber daneben. Nein! Fuck! Okay, näher ran. Oh, warte, du hast ja alles lecken. Ich hatte Bauch-Aura nach dem Essen. Schreibst du mal ein bisschen ruhig, bitte? Hätt ich geschrieben. Alter, das geht doch nicht. Hör auf damit. Ich habe mich zu bewegen. Er ist 11 Jahre yrt. Schreibst du mal auf. Das... Ziel ist so geil hier. geht doch richtig schlecht aber irgendwann irgendwann fallen sie alle jetzt gehen wir noch mal ein Rundchen und hier ist tatsächlich niemand wo es sich gelohnt hätte den Sprengbolzen anzuwenden traurig aber Radio kein der einfach nein Ach, hier geht's alle lang. So, sonst noch irgendeiner. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was war die Wahrheit? So, wenn ich das ja beendet habe, mache ich den Ufer. So, wir wollen direkt mal ein paar Aloe Vera Samen herstellen. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber wir können auch 150 machen. 150 machen wir. So. Haha, habe ich auch gehört. Kann ich zwar so erfahrungsgemäß noch nicht bestätigen. So. 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 Hä? Das war auch ne magere Wanderorde. Das ist der Rest. Vom kläglichen Schützenfeld. Geh mit dir. Geh mit dir. Oh. Wo kann er denn jetzt her? Noch mal rennen. Wie rennen sind denn das noch? Kommt jetzt aus ne anderen Richtung? Ihr Lümmel. Hä? Was ist das denn da hinten eigentlich? Ist das ein Crawler? Oder? Mist. Ich bin doch nicht gescheuert. Da ist doch einer, oder nicht? Na ist ja gut. Ja. Hundis haben wir ja auch noch nicht mehr. Schon ein paar Hundis? Da haben wir alle keine Böcke mehr. Blöde Flenser. Nun ja. Ja oder? Wir sind äh... Ja, der Meinung teilen macht Spaß. Ja. Was ist bei mir drin? Auch geil. Was ist bei mir drin? Was ist bei mir drin? Ich hab's gesehen. Warte. Was ging? Ja, kann ich echt auch gar nichts mit anfangen. Ja, kann ich echt auch gar nichts mit anfangen. Ich hab's gesehen. Ich schaffte. Okay, ja. Ich bin drin. Ich bin drin. Ja, ja, ja. Ich bin drin. Ich bin drin. So. Nein. Psst. Psst. Oh, komm die Mist schon wieder ab. Psst. 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 Genau. Als wäre das ohne Lolli am Ende. Ohne Kaugummi am Ende. So, so, so. Dann wollen wir doch mal... Dünge. Habe ich eigentlich Zugröcke dazu gemacht? Habe ich, habe ich? Gucken wir mal eben. Oh ja, guck. Auf mich ist Verlass. So. Litschi. Genau. Überraschung. Ich komme sofort wieder, ich gehe nochmal einpinkeln. Das Bier treibt doch heute doll. So. 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 So, so. So, so xin. So, so sehr, sehr gsnuttling. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020